Mittwoch, 1. August 2018 20.29 Uhr Druckennutzungsrechte-Feedback kommentieren Als erster deutscher Nationalspieler hat Julian Brandt Stellung zur Kritik an Mesut Özil bezogen Özil sei auf gar keinen Fall der Grund, warum wir ausgeschieden sind Wir alle haben genug Fehler gemacht, sagte Brandt, der gemeinsam mit Özil und dem DFB-Team bei der Weltmeisterschaft bereits in der Gruppenphase gescheitert war Özil hatte rund einen Monat vor der Weltmeisterschaft für Wirbel gesorgt, als er und DFB-Mitspieler Ilke Gündogan gemeinsam mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Ertogan für ein Foto posierten Getty Images Julian Brandt Das Foto mit Ertogan sei intern kein Gesprächsthema, sagte Brandt während einer Presserunde im Trainingslager seines Vereins Bayer Leverkusen Der Kicker und die Bild-Zeitung zeigen die Brandt-Haus-Sagen auf ihren Internetseiten im Video Es habe das DFB-Team während der Weltmeisterschaft nicht eingeschränkt und sei daher auch nicht der Grund dafür, dass wir rausgeflogen sind Nach dem Deutschen Weltmeisterschaft-Haus forderte DFB-Präsident Reinhard Grindel Özil zu einer öffentlichen Stellungnahme auf Auch über Özils sportliche Qualitäten wurde plötzlich diskutiert Bundesdreiner Joachim Löw hat sich nicht öffentlich zum Thema geäußert, auch die Nationalspieler hielten sich zurück Jerome Boateng, Julian Draxler und Antonio Rüdiger bedankten sich bei Özil für die gemeinsame Zeit im DFB-Team Der Rest schweigt bislang Nicht seine beste Leistung abgerufen Am 22. Juli trat Özil aus der Nationalmannschaft zurück und kritisierte Rassismus und fehlenden Respekt Er wolle nicht länger der Sündenbock sein Hier können Sie die Chronologie der Özil-Ertogan-Affäre nachlesen Sportlich gesehen hat Mesut wahrscheinlich auch ein paar Fehler gemacht oder nicht seine beste Leistung abgerufen sagte Brandt Aber das haben wir alle nicht Nur auf ihn einzudreschen, ist einfach falsch Brandt, 22, kam bei der Weltmeisterschaft in allen drei Gruppenspielen als ein Wechselspieler zum Einsatz Zweimal scheiterte der Offensivspieler dabei mit Schüssen am Pfosten